Winkt mal alle, da kommt tolle Musik drüber. So meine Freunde, damit herzlich willkommen zum Vlog zur Twitchcon. Heute gehst du mich vor uns nach Amsterdam. Ich mach jetzt mal was zum Frühstück und vor allem ein Doggybag. Ich bin echt mal gespannt, wie die Reise und die Fahrtform sein wird. Vorher werden wir noch die gute Crunchy, die Annie und Fraxube aka Max abholen in Frankfurt am Bahnhof. Und dann geht's auf vier Stunden Fahrt. Jetzt mach ich aber noch die letzten Vorbereitungen und dann geht's ab und auf. Mal ganz kurz, was hier eigentlich für ne Taxi ansehen? Also holy shit, wir sind jetzt am Frankfurter Bahnhof, aber what? Das sind so viele, holy shit. Am Bahnhof angekommen, der Parkplatz ist auch stark grenzwertig, aber jetzt kommen gleich Annie und Max. Also kurzer Zwischenstopp, Max und Annie sind auch dabei, haben wir ungefähr drei Stunden vor uns und dann sind wir in Amsterdam. Let's go! Let's go! So, wir sind jetzt ab und kommen zum ersten Mal hier zum Hotel. Das sind ja vier Stunden. Und die checken gerade ein und es ist ein bisschen sehr windig. Hier ist Wachs. Hier bin ich. Und dann geht's gleich zu unserem Hotel. Ja, mit Zeit. Das Hotel ist ganz schön geil. Es gibt Whisky im Funk und einen DJ in der Lok. Was? Ja! Wir müssen dann heute Abend noch hier weiter Party machen. Ich check mich hier ein, glaube ich. Ich gehe noch rot rum checken. Okay, Partybus ist ready für die TwitchCon. Ich muss aber auf dem Kopf fahren. Party, sag mal was wir jetzt machen. Wir gehen jetzt auf den Rad ein trinken und dann essen wir und irgendwann gehen wir auf die TwitchCon. Wir haben jetzt unsere Badges abgeholt. Jordi ist auch am Start. Nina, Franti, Buddy und Frexty holt sich gerade was zum Essen. Ich gucke euch alle was zum Essen. Badges haben wir jetzt wie gesagt auch am Start und jetzt geht's gleich auf die Party. Die sind alle übermotiviert. Das ist ja übertrieben. Vor allem nicht. Wir dürfen auf der TwitchCon leider keine Filme machen, aber es ist insane geil. Da gibt's Drinks, da gibt's Essen, da gibt's Party. Da gibt's alles was man braucht. Alles was man braucht um glücklich zu sein. Der Silent Disco. Ähm, Karaoke Bar. Karaoke Bar. Der Tanzfläche. Was? Waffeln gibt es. Holzspiele, Karaoke, Silent Disco und ich kann Ratschlagen. Also total geil. Wir dürfen es leider nicht filmen, deswegen müsst ihr euch mit den Fotos befinden. Ja, weil ich kann Ratschlagen. Der kann kein Rad schlagen. Ich kann's. Es ist insane geil. Da gibt's Drinks, da gibt's Essen, da gibt's Paddeln, da gibt's Musik. Da gibt's alles was drauf. Dann gibt's Holzspiele, Karaoke. Und der kann kein Rad schlagen. Ich kann's. Ich kann's. Pass auf. Ich zeig euch jetzt, wie man ein Rad macht mit 2,5 Promille. Anstand. Jetzt hast du noch 5... Du hast noch 7 Sekunden, 7 Sekunden, 7 Sekunden. 7 Sekunden. Puh. Amsterdam ist ganz schön wild, ey. Wir sind gestern noch bis 4, 5 Uhr in irgendwelchen Bars gewesen und Puffs vorbeigelaufen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und auf der Party selbst durften wir ja keine Videos machen. Da haben wir uns auch dran gehalten. War aber echt insane. Also die Eindrücke mit... Also die Location war auch so schön am See. Es gab so coole Events. Es gab überall Bands. Es gab Spiele. Es war also echt schade, dass ich euch halt so keine Eindrücke zeigen konnte. Aber... War schon echt cool. Danach sind wir dann noch in irgendwelche Bars gegangen. Da war der Pegel auch schon so hoch, dass ich ja nicht mehr ans Vloggen gedacht habe. Trotzdem... War es ein echt schöner Tag gestern. Jetzt quasi der zweite Tag. Heute gehen wir quasi jetzt erstmal auf die Messe. Treffpunkt 12 Uhr. In der Lobby. Mit den anderen. Bin ich mal gespannt. Das wird echt geil. Nee, war auf jeden Fall gestern richtig schön. Habe ja auch ein bisschen was auf Instagram gepostet gehabt. Heute ist quasi jetzt der erste Tag von der eigentlichen Messe. Ich bin jetzt gerade im Auto um Wasser zu holen. Was dringend notwendig ist nach dem gestrigen Abend. Also... Das hat echt... Es war echt lustig. Hat echt Laune gemacht. Also hat richtig Spaß gemacht hier zu feiern in Amsterdam. Und... Jetzt gehen wir halt quasi nachher zusammen auf die Messe. Gucken mal was da so abgeht. Ein paar sind schon dort. Geht auch schon seit glaube ich einer Stunde oder so. Ähm... Ja, aber ansonsten... Gut geschlafen an sich eigentlich. Bin auch wieder fit. Bin ein bisschen verwundert, dass ich wieder fit bin. Äh... Ohja... Und jetzt geht's gleich los zu TwitchCon. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall alle was frühstücken. Buddy... Der braucht auf jeden Fall was zum Futtern. Ohja... Der hat so viel gestern. Ist doch... Boah... Tschüss... Ja, wenn wir dann alle wieder fit und munter sind, dann geht's auf die Messe. Also... Bald geht's richtig los. Ja, was ich da 뛰st. Und dann geht's. Da geht's. Und dann geht's. Und dann geht's... Und dann geht's. Also die Eindrücke sind echt richtig insane, waren jetzt schon seit ein paar Stunden auf der TwitchCon, da sind hinter uns die ganzen Food Trucks und Kixly und Buddy. Boah, also es gibt so viel zu sehen, es ist einfach mega geil. Ich habe ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, ja Matze. Der Max schwimmt im Übrigen auch gerade, Maxl. Den habe ich auch schon mal gesehen. Dieser Lamy, von dem wir ansprechen, dieser Füller, Lamy am Start. Ach, Nina ist dabei, Kixly, also ich sage jetzt mal die Dignames. Und dann auch dieser, ach, den kenne ich nicht, aber der ist immer dabei. Da würden wir ganz gerne eigentlich mal rein. Lamy, weißt du dich, oder? Wirklich dein Gesicht. Wirklich? Du hast Bock, oder? Ich sehe das in deinem Gesicht. Lamy will in die Hot Tub Area. Hier ist im Übrigen jetzt die Loot Cave. Da können wir eigentlich auch mal reingehen, wenn ihr Bock habt. Okay, pass auf Twitch, wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Ich zeige euch jetzt hier eine Wand und ihr sagt mir, was ich mir davon gekauft habe, okay? Ich habe mir eine Sache gekauft. Ja, Ben Lolly, good job, Alter. Ich habe mir tatsächlich den pinken Pulli gegönnt. Den hier. Wir haben so Kälte hochhalten können, wo dann so ein Daumen nach oben daumen... Excuse me, can you show me the thumbs up or thumbs down? I just appreciate this idea. So, if you are free and, like, this is so long. And if somebody over there is free and you can just raise the thumb, this is so smart. I appreciate this, actually. Yeah. I'm live right now, say hi. Say hey. Have a good one. Bye. Hey, die sind auch alle hier so cool drauf. Das könnt ihr euch nicht ausfallen. Yeah, baby, let's go. Sind alle so gut drauf und so gut gelaunt. Es macht einfach einen riesigen Spaß. Jetzt sind wir hier im Außenbereich. Und das ist echt schönes Wetter. Da haben wir echt Glück gehabt. Und hier gibt es quasi auch Musik, Food Trucks. Mit barfuß sogar. Ja, der Keeper ist so gut, Leute. No chance. Der hat irgendwo eine Kamera verbaut und dann... Ja, ja. Der ging fast auf mich. Also, ihr Lieben, macht's gut. Morgen wird dann am Setup von der TwitchCon gestreamt. Und, äh... Dann sehen wir uns morgen. Aus Amsterdam. In das Bild. Haut rein, ihr Lieben. Ciao. So, Leute. Der dritte Tag bzw. der zweite Tag der Messe hat also jetzt angebrochen. Sind auch heute deutlich früher am Start. Bedeutet, dass wir jetzt gleich auch auf die Messe gehen werden. Dort auch dann mal versuchen werden zu streamen von den Setups. Was ziemlich cool wird. Noch mal ein paar Leute zu treffen. Noch mal ein bisschen rumzulaufen. Dann machen wir das auch schon gegen nachmittags. So, wir haben ausgecheckt. Jetzt geht's wieder zum TwitchCon. Let's go. Oh, Leute. Das ist so geil. Es ist so geil, was geht. Leute, das ist so amazing hier, man. Willkommen im Stream. Willkommen in Amsterdam, guys. So, Leute. We're going international. How can I help you? Go. This is back. Thank you. We socape das. Danke, Martin. Thank you, Party. Oh. Ja, dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein und ich werde hier noch ein bisschen rumstöbern, dann geht es nachher heim. So ihr Lieben, die letzten Augenblicke hier auf der Durchkauen, manche nicht die letzten Verbleibenden? Die letzten Überlebenden, ja. Da ist doch die Cloud an Pan, richtig noch Panik hier. Aber wir machen uns jetzt auch, fünf Stunden Autofahrt noch und dann soll es das für die Wester erst mal gewesen sein, was ihr eintritt? War geil, war geil, overall, zu schnell vorbei, wie immer. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist aber wirklich ein schönes Zeichen, gutes Zeichen. Und damit würde ich sagen, machen wir uns. Vamos! Leche, das Borki, Chef, die Fam, gefuttert. So meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Max hat mal abgeliefert, der fällt das noch mit der Bahn heim. Das war die TwitchCon 2022. Und ich kann nur sagen, für mich war es auf jeden Fall bisher das Highlight des Jahres. Also innerhalb von 48 Stunden so viele Leute kennengelernt, aber auch besser kennengelernt oder mal zum ersten Mal gesehen, so viele Eindrücke gesammelt. Amsterdam hat man sicher auch eine unfassbar schöne Stadt, eine geile Messe, coole Party gehabt. Und einfach das Networken, die Leute mal wirklich auch vor Ort zu sehen, um mit denen zu quatschen. Die Zeit hat man normalerweise nicht. Ich hoffe, ich habe das Ganze irgendwie auffangen können in dem Vlog. Ich weiß, ich bin doch ganz ehrlich, der Vlog so an sich ist schwierig für mich, weil ich noch nie sowas gemacht habe. Aber ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke gewonnen. Mir hat es extrem gut gefallen. Auch, dass wir ein paar Viewer vor Ort getroffen haben. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die Games kommen wird.